Kapitel 3 Über Nordindien, 29. März 1996, 9000 Meter Zwei Stunden nach dem Start des Thai-Airflugs 311 von Bangkok nach Kathmandu stand ich von meinem Platz auf und machte mich in den rückwärtigen Teil der Maschine auf. Neben den Toiletten auf der Steuerbordseite kauerte ich mich nieder und späte, in der Hoffnung ein paar Berge zu sehen, durch ein kleines, hüfthohes Fenster. Ich wurde nicht enttäuscht. Da standen die gezackten Schneidezähne des Himalaya und säumten den Horizont. Den Rest des Fluges verbrachte ich wie gebannt am Fenster über einem Mülleimer mit leeren Mineralwasserflaschen und Essensresten die Nase gegen das kalte Plexiglas gepresst. Die riesige, massige Form des Kangsheng-Junga erkannte ich auf Anhieb. Er ist mit 8586 Metern über dem Meeresspiegel der dritthöchste Berg der Erde. Eine Viertelstunde später tauchte der Makalu auf, der fünfthöchste Berg, und dann, endlich, das unverwechselbare Profil des Everest selbst. Der pechschwarze Keil der Gipfelpyramide hob sich deutlich ab und überragte die umgebenden Bergkämmer. Weit in den Jetstream hinaufragend riss der Berg ein mit bloßem Auge erkennbares Loch in den mit über 200 Stundenkilometern dahinfegenden Orkan, wobei er eine diesige Fahne aus Eiskristallen verströmte, die wie ein Seidenschal nach Osten wehte. Als ich diesen Kondensstreifen am Himmel betrachtete, wurde mir schlagartig klar, dass die Spitze des Everest genau die gleiche Höhe hatte wie der unter Normaldruck gehaltene Jet, der mich durch den Himmel trug. Dass ich mir vorgenommen hatte, auf die Flughöhe eines Airbus 300 Jets zu steigen, kam mir in jenem Moment als geradezu grotesk vor. Ich bekam feuchte Hände. 40 Minuten später kam ich in Kathmandu an und damit auf dem Boden der Tatsachen. Als ich nach Passagieren des Zolls in die Flughafenhalle trat, bemerkte ein glattrasierter junger Mann meine beiden riesigen Seesäcke und trat näher. »Sie sind dann wohl John, oder?« fragte er im singenden Tonfall der Neuseeländer, wobei er einen Blick auf ein Blatt mit fotokopierten Passbildern von Rob Holtz Kunden warf. Er schüttelte meine Hand und stellte sich als Andy Harris vor, einer von Rob Holtz Bergführern. Er war gekommen, um mich abzuholen und zu unserem Hotel zu bringen. Der 33-jährige Harris meinte, dass er noch einen weiteren Kunden erwarte, der mit demselben Flug aus Bangkok kommen sollte. Einen 53-jährigen Anwalt aus Bloomfield Hills, Michigan, namens Luke Kasischke. Es dauerte eine geschlagene Stunde, bis Kasischke schließlich sein Gepäck hatte. Während Andy und ich warteten, tauschten wir uns über einige harte Touren aus, die wir beide in West-Kanada überlebt hatten und fachsimpelten über die Vor- und Nachteile von Skiern und Snowboards. Andys spürbarer Kletterhunger und seine ungetrübte Begeisterung für die Bergwelt ließen mich wehmütig an die Zeit in meinem eigenen Leben denken, als Bergsteigen für mich das Wichtigste überhaupt war und ich mein ganzes Leben nach den Bergen ausrichtete, die ich bereits bestiegen hatte und nach jenen, die ich hoffte, eines Tages zu besteigen. Kurz bevor Kasischke, ein hochgewachsener Herr mit silbernen Haar und von nobler Zurückhaltung, aus der Schlange vor dem Zoll auftauchte, fragte ich Andy, wie oft er schon auf dem Everest war. Um die Wahrheit zu sagen, gestand er fröhlich, ist es das erste Mal, genau wie bei dir. Bin neugierig, wie ich mich da oben machen werde. Hall hatte uns im Garuda-Hotel einquartiert, einem freundlichen, schillernden Etablissement in einer engen Straße im Herzen von Tamil, Kathmandus pulsierendem Touristenviertel, in der es von Fahrrad-Rikschers und Straßenverkäufern wimmelte. Die Wände des Garuda, das schon seit langem ein heißer Tipp für Himalaya-Expeditionen ist, waren über und über mit Fotos berühmter Alpinisten behängt, die hier in der Vergangenheit übernachtet hatten. Reinhold Messner, Peter Haberler, Kitty Calhoun, John Ross Kelly und Jeff Lowe. Als ich in mein Zimmer hinaufging, kam ich an einem großen, farbigen Poster mit der Aufschrift Himalaya-Trilogie vorbei, auf dem der Everest, der K2 und der Lotse abgebildet waren. Der höchste, zweithöchste und vierthöchste Berg der Erde. Über die Darstellung all dieser Gipfel war das Bild eines lächelnden Mannes mit Bart gelegt, in voller alpiner Montur. Die Bildunterschrift besagte, dass es sich bei diesem Bergsteiger um Rob Hall handelte. Das Poster, mit dem Werbung für Halls Unternehmen Adventure Consultants gemacht werden sollte, erinnerte an Halls ziemlich eindrucksvolles Kunststück von 1994, als er alle drei Gipfel innerhalb von zwei Monaten bestieg. Eine Stunde später stand Hall leibhaftig vor mir. Er war ungefähr 1,90 groß und dürr wie eine Bohnenstange. Sein Gesicht hatte etwas kindlich Unschuldiges, und doch wirkte er älter als seine 35 Jahre. Vielleicht lag es an den tiefen Furchen um die Augen herum, oder an der Autorität, die er ausstrahlte. Er trug ein Hawaii-Hemd und verwaschene Levi's mit einem gestickten Yin-Yang-Symbol auf einem Knie. Eine dichte braune Haarsträhne lockte sich widerspenstig über seine Stirn. Sein buschiger Bart musste dringend gestutzt werden. Von Natur aus gesellig erwies sich Hall als unterhaltsamer Erzähler von Anekdoten mit bissigem Kiwi-Humor. Gleich zu Beginn ließ er eine lange Geschichte über einen französischen Touristen, einen buddhistischen Mönch und einen äußerst zotteligen Jack vom Stapel, brachte die Pointe mit einem schelmischen Zwinkern, legte eine Kunstpause ein und warf schließlich seinen Kopf mit einem dröhnenden, ansteckenden Lachen zurück, unfähig die Freude an seiner eigenen Geschichte zu verbergen. Er war mir auf Anhieb sympathisch. Hall war das jüngste von neun Kindern einer katholischen Arbeiterfamilie aus Christchurch, Neuseeland. Obwohl er einen flinken, analytischen Verstand hatte, ließ er, nachdem er mit einem besonders autoritären Lehrer aneinandergeraten war, die Schule sausen und fing 1976 bei Alpsports an, einem ortsansässigen Hersteller von Bergsteigerausrüstung. Er hatte mit irgendwelchen kleinen Arbeiten angefangen, was an der Nähmaschine gemacht und solche Sachen, weiß Bill Atkinson noch, ein meisterhafter Bergsteiger und Führer, der damals ebenfalls für Alpsports gearbeitet hatte. Aber Rob hatte außerordentliches organisatorisches Talent, was bereits aufgefallen ist, als er 16, 17 war, und schon bald hatte er die gesamte Herstellungsabteilung in dem Laden unter sich gehabt. Hall war bereits seit Jahren ein begeisterter Bergwanderer. Ungefähr zur selben Zeit, als er den Job bei Alpsports annahm, begann er auch mit dem Fels- und Eisklettern. Er lernte sehr schnell, erzählte Atkinson, der Halls regelmäßigster Kletterpartner wurde, und er hatte die Fähigkeit, sich Techniken und Geisteshaltungen von anderen anzueignen, egal von wem. 1980, als Hall 19 war, war er bei einer Expedition über den schwierigen Nordgrad der Amadablam dabei, eines 6.856 Meter hohen Gipfels von unvergleichlicher Schönheit, etwa 25 Kilometer südlich vom Everest. Während jener Tour, Halls erster in den Himalaya, machte er einen Abstecher zum Basislager des Everest und fasste den Entschluss, dass er eines Tages den höchsten Berg der Erde besteigen würde. Er sollte dazu 10 Jahre und 3 Versuche benötigen, aber im Mai 1990 erreichte Hall schließlich als Leiter einer Expedition, der auch Peter Hillary, der Sohn von Sir Edmund angehörte, den Gipfel des Everest. Dort angekommen, funkten Hall und Hillary sich ins neuseeländische Radio ein, Die Sendung wurde im ganzen Land übertragen und in einer Höhe von 8.848 Metern erhielten sie die Glückwünsche von Geoffrey Palmer, dem Premierminister. Hall war zu jener Zeit bereits professioneller Bergsteiger. Wie die meisten seinesgleichen bemühte er sich, seine teuren Himalaya-Expeditionen mit Sponsorengeldern von Firmen zu finanzieren. Er war clever genug zu wissen, dass es größtmöglicher Medienpräsenz bedurfte, um die Firmen dazu zu bringen, ihre Scheckbücher zu öffnen. Er bewies in der Tat außerordentliches Geschick, wenn es darum ging, seine Namen in die Zeitung und seine Visage auf die Mattscheibe zu bekommen. Ja, räumte Atkinson mit leisem, kritischem Unterton ein. Rob hatte schon immer ein Gespür für Publicity. 1988 wurde Gary Ball, ein Bergsteiger aus Auckland, zu Halls bevorzugtem Kletterpartner und bestem Freund. Ball stand 1990 zusammen mit Hall auf dem Gipfel des Everest und kurz nachdem sie nach Neuseeland zurückgekehrt waren, heckten sie einen Plan à la Dick Bass aus, die jeweils höchsten Berge der sieben Kontinente zu besteigen und den Schwierigkeitsgrad um eine Stufe zu erhöhen, indem sie alle sieben in sieben Monaten schaffen wollten. Mit dem Everest, dem schwierigsten des Septets, schon in der Tasche konnten sie einen großen Stromkonzern, Powerbilt, dafür gewinnen, die nötige finanzielle Unterstützung zu leisten und schon waren sie unterwegs. Am 12. Dezember 1990, nur Stunden bevor ihre sieben Monatsfrist abgelaufen war, erreichten sie unter großem Trara in ihrem Heimatland den Gipfel des siebten Berges, des Winsenmassivs, mit 4897 Metern, der höchste Punkt der Antarktis. Trotz ihres Erfolges fingen Hall und Ball an, sich Gedanken über ihre langfristigen Aussichten im professionellen Bergsteigergewerbe zu machen. Wenn ein Bergsteiger weiter Sponsorengelder von Firmen bekommen will, erklärte Atkinson, muss er ständig den Einsatz erhöhen. Die nächste Tour muss noch härter und spektakulärer sein als die vorhergehende. Es wird zu einer sich immer enger windenden Spirale. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man der Herausforderung nicht mehr gewachsen ist. Rob und Gary hatten kapiert, dass sie es früher oder später nicht mehr schaffen würden, echte Höchstleistungen zu bringen, oder dass sie Pech haben und bei irgendeinem Unglück draufgehen könnten. Sie sagten sich also, dass die Zeit gekommen sei, sich umzuorientieren und beim geführten Höhenbergsteigen mitzumischen. Als Bergführer geht man nicht unbedingt Touren, die riesigen Spaß machen. Die Herausforderung besteht darin, seine Kunden wohlbehalten, hoch und runter zu bringen, was ein anderes Gefühl der Befriedigung verleiht. Aber es bietet eine aussichtsreichere Zukunft, als ständig Sponsorengelder nachzujagen. Es gibt endlos viele Kunden, wenn man ein gutes Produkt anzubieten hat. Während der Seven Summits in sieben Monaten Veranstaltung arbeiteten Hall und Ball einen Plan aus, wie sie zusammen auf kommerzieller Basis Kunden die Seven Summits hochführen würden. In der Überzeugung, dass es einen im Verborgenen schlummernden Markt von Träumern mit reichlich Cash, aber zu wenig alpine Erfahrung gibt, um allein die höchsten Berge der Welt besteigen zu können, gründeten Hall und Ball ein Unternehmen, das sie Adventure Consultants tauften. In kürzester Zeit konnten sie eine eindrucksvolle Liste von Erfolgen vorweisen. Im Mai 1992 führten Hall und Ball sechs Kunden auf den Gipfel des Everest. Ein Jahr später, an einem Nachmittag, an dem 40 Leute den Gipfel erreichten, führten sie eine Siebenergruppe hinauf. Als sie jedoch von der Expedition zurückkehrten, sahen sie sich unerwarteter öffentlicher Kritik seitens Sir Edmund Hillary ausgesetzt, der Halls Rolle in der zunehmenden Kommerzialisierung des Everest anprangerte. All die Scharen von Amateuren, die gegen Geld zum Gipfel eskortiert würden, polterte Sir Edmund, erzeugten Respektlosigkeit gegenüber dem Berg. Hillary ist in Neuseeland eine der geachtetsten Persönlichkeiten. Sein raues, zerfurchtes Konterfei blickt einen sogar vom Fünf-Dollar-Schein an. Hall war betrübt und beschämt, von diesem Halbgott öffentlich gescholten zu werden, von diesem Urgestein, der einer der Helden seiner Kindheit war. Hillary wird hier in Neuseeland als ein lebendes Nationalheiligtum betrachtet, meint Atkinson. Was er sagt, hat sehr viel Gewicht und es muss wirklich wehgetan haben, von ihm kritisiert zu werden. Rob wollte eine öffentliche Erklärung abgeben, um sich zu verteidigen, aber ihm wurde schnell klar, dass es aussichtslos war, gegen eine dermaßen hochgeärte Persönlichkeit in den Medien zu Felde zu ziehen. Dann, fünf Monate nach dem Hillary-Gepolter, traf Hall ein noch viel schwererer Schlag. Im Oktober 1993 starb Gary Ball während einer Besteigung des 8167 Meter hohen Daulagiri, des siebthöchsten Berges der Erde, an einem Hirnödem, einer Schwellung des Gehirns, verursacht durch höhenbedingten Sauerstoffmangel. Ball stieß seine letzten schweren Atemzüge in Halls Armen aus, als er in einem kleinen Zelt hoch oben am Berg im Koma lag. Am nächsten Tag begrub Hall seinen Freund in einer Gletscherspalte. In einem neuseeländischen Fernsehinterview im Anschluss an die Expedition beschrieb Hall mit düsterer Miene, wie er ihr bevorzugtes Kletterseil nahm und Balls Leiche in die Tiefen des Gletschers sinken ließ. Ein Kletterseil ist dazu gemacht, zwei Leute irgendwie aneinander zu binden und man darf es nie loslassen, sagte er und ich musste es einfach aus meinen Händen gleiten lassen. Rob war am Boden zerstört, als Gary starb, sagt Helen Wilton, die 1993, 1995 und 1996 für Hall als Leiterin des Basislagers am Everest arbeitete. Aber er hat seinen Kummer für sich behalten. Das war Rob's Art. Weitermachen. Hall beschloss, Adventure Consultants allein weiterzuführen. In seiner systematischen Manier arbeitete er daran, Organisation und Dienstleistungen des Unternehmens zu verfeinern. Und er war weiter außergewöhnlich erfolgreich darin, Amateurbergsteiger auf den Gipfel großer, ferner Berge zu führen. Zwischen 1990 und 1995 gingen 39 Bergsteiger, die auf dem Everest standen, auf Halls Konto. Drei mehr als in den 20 Jahren nach Sir Edmund Hillarys Erstbesteigung. Mit vollem Recht war Paul damit, Adventure Consultants sei In der Broschüre, die er an potenzielle Kunden verschickte, beschreibt er es wie folgt. Sie haben also Abenteuerlust. Vielleicht träumen Sie davon, die sieben Kontinente zu bereisen oder auf den Gipfel eines riesigen Berges zu stehen. Die meisten Menschen trauen sich, ihr Leben lang nicht ihren Träumen zu folgen und nur selten wagen sie es, sich ihre größten Sehnsüchte einzugestehen und sie mit anderen zu teilen. Adventure Consultants hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, Bergabenteuer zu organisieren und zu leiten. Wir sind Fachleute darin, ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen und arbeiten mit ihnen gemeinsam daran, dass sie ihr Ziel erreichen. Wir werden sie nicht einen Berg hochzerren. Sie werden hart arbeiten müssen, aber wir können ihnen für ihr Abenteuer ein Maximum an Sicherheit und die größten Erfolgsaussichten garantieren. Auf jene, die es wagen, ihre Träume zu realisieren, wartet eine Erfahrung, die mit Worten nicht zu beschreiben ist. Wir laden sie ein, mit uns ihren Berg zu besteigen. 1996 verlangte Hall 65.000 Dollar pro Kopf, um seine Kunden auf den höchsten Punkt der Erde zu führen. Eine Menge Geld, zweifellos. Mein Haus in Seattle ist mit einer ebenso hohen Hypothek belastet. Und diese Summe schloss weder den Flug nach Nepal noch die persönliche Ausrüstung ein. Kein Unternehmen verlangte so viel wie Hall. Ein paar seiner Konkurrenten berechneten sogar nur ein Drittel von Halls Preis. Aber dank seiner phänomenalen Erfolgsquote hatte Hall keine Probleme, die Plätze dieser, seiner achten Expedition auf den Everest zu füllen. Wenn man versessen darauf war, den Gipfel zu erreichen und irgendwie die nötige Kohle auftreiben konnte, war es nur logisch, sich für Adventure Consultants zu entscheiden. Am Morgen des 31. März, zwei Tage nach der Ankunft in Kathmandu, überquerte die versammelte Mannschaft der 1996 Adventure Consultant Everest Expedition das Rollfeld des Tripuvan International Airport und stieg an Bord eines russischen MI-17-Hubschraubers der Asian Airlines. Das Ding, ein zerbeultes Relikt des Afghanistan-Krieges, war mit 26 Plätzen so groß wie ein Schulbus und sah aus, als wäre es in irgendeinem Hinterhof zusammengenietet worden. Der Pilot verriegelte die Tür und verteilte an alle Watte-Kugeln, die man sich in die Ohren stopfen sollte. Und dann hob sich das dinosaurierhafte Gefährt unter Mark- und Beinerschütternden Dröhnen schwerfällig in die Luft. Auf dem Boden stapelten sich See- und Rucksäcke sowie Pappkartons. Die menschliche Fracht saß entlang der Außenwände eingepfercht auf Klappsitzen, ins Helikopterinnere blickend die Knie an die Brust gezwängt. Das ohrenbetäubende Dröhnen der Turbinen schloss jede Art der Unterhaltung von vornherein aus. Es war bei Leibe keine bequeme Reise, aber niemand beschwerte sich. Tom Hornbynes Expedition von 1963 trat ihren langen Marsch zum Everest von Banepa aus an, etwa 20 Kilometer von Kathmandu entfernt, und wanderte 31 Tage hindurch zum Basislager. Wie die meisten modernen Everest-Aspiranten hatten wir uns dafür entschieden, den Großteil jener steilen, staubigen Meilen zu überspringen. Der Hubschrauber sollte uns im fernen Lukla absetzen, einem 2800 Meter hochgelegenen Dorf im Himalaya. Der Flug würde uns im Vergleich zu Hornbynes Treck drei Wochen Zeit sparen, vorausgesetzt wir stürzen nicht ab. Ich blickte mich im Inneren des geräumigen Hubschraubers um und versuchte mir die Namen meiner Kameraden ins Gedächtnis zurückzurufen. Abgesehen von den beiden Bergführern, Rob Paul und Andy Harris, war da Helen Wilton, eine 31-jährige Mutter von vier Kindern, die gerade ihre dritte Saison als Leiterin des Basislagers antrat. Caroline McKenzie, eine hervorragende Bergsteigerin und Ärztin Ende 20, war die Expeditionsärztin und würde, genau wie Helen, nicht über das Basislager hinausgehen. Luke Sischki, der vornehme Anwalt, den ich bereits am Flughafen kennengelernt hatte, hatte sechs der Seven Summits bestiegen, ebenso wie die 47-jährige Yakuzo Namba, eine schweigsame Personalleiterin, die in der Tokiota-Filiale von Federer Express arbeitete. Beck Weathers, 49, war ein geschwätziger Pathologe aus Dallas. Stuart Hutchinson, 34, war ein vergeistigter, irgendwie unsicher wirkender Kardiologe aus Kanada, der sich Urlaub von seinem Forschungsstipendium genommen hatte. John Teske, mit 56 das älteste Mitglied unserer Gruppe, war ein Anästhesist aus Brisbane, der nach seinem Ausscheiden aus der australischen Armee mit dem Bergsteigen angefangen hatte. Frank Fischbeck, 53, ein adretter, eleganter Verleger aus Hongkong, hatte sich dreimal mit einem Konkurrenten-Halls am Everest versucht. 1994 war er bis zum Südgipfel vorgedrungen, nur 100 Höhenmeter unterhalb des Hauptgipfels. Doug Henson, 46, war ein amerikanischer Postangestellter, der 1995 mit Hall auf den Everest gegangen war, und wie Fischbeck den Südgipfel erreicht hatte, bevor er gezwungen war, umzukehren. Ich wusste nicht, was ich von meinen Mitkunden halten sollte. Was Einstellung und Erfahrung anging, waren sie nicht mit den Hardcore-Kletterern zu vergleichen, mit denen ich normalerweise in die Berge ging. Aber sie schienen nette, vernünftige Leute zu sein, und in der ganzen Gruppe gab es kein einziges ausgemachtes Arschloch, zumindest keines, das seine wahre Natur während dieser frühen Phase der ganzen Veranstaltung zeigte. Dennoch hatte ich mit meinen Teamkameraden nicht viel gemein, mit Ausnahme von Doug. Er war ein zäher, drahtiger Kerl, der gerne einen draufmachte, mit einem verlebten, frühzeitig gegerbten Gesicht, das an einen alten Fußball erinnerte. Seit über 27 Jahren arbeitete er bei der Post, um das Geld für die Reise zusammenzukratzen, hatte er, wie er mir erzählte, Nachtschichten geschoben und tagsüber auf den Bau gearbeitet. Da ich vor meiner Karriere als Schriftsteller acht Jahre meines Lebens als Schreiner bestritten hatte und weil unsere Steuerklasse uns auffällig weit von den anderen Kunden entfernte, fühlte ich mich in Ducks Gegenwart von Anfang an wohl, während ich mit den anderen nicht recht warm wurde. Die meiste Zeit überschrieb ich meine wachsende Beklommenheit der Tatsache zu, dass ich nie zuvor als Mitglied einer so großen Gruppe auf einen Berg gegangen war, einer Gruppe von völlig unbekannten Menschen obendrein. Abgesehen von einer Alaska-Reise, die bereits 21 Jahre zurück lag, hatte ich all meine vorhergehenden Expeditionen entweder allein oder mit einem oder zwei bewährten Freunden unternommen. Beim Bergsteigen muss man sich auf seine Partner verlassen können. Wohl und Wehe eines ganzen Teams hängen oft von dem Verhalten eines einzelnen Kletterers ab. Die Konsequenzen eines falsch geknüpften Knotens, eines Stolperns, eines ausgelösten Steinschlags oder irgendeiner anderen Nachlässigkeit hat die gesamte Seierschaft zu tragen. Nicht nur derjenige, der sie begeht. Es ist also nicht weiter verwunderlich, wenn Bergsteiger sich nur ungern mit Leuten zusammentun, über deren Verlässlichkeit sie sich nicht im Klaren sind. Aber Vertrauen in die eigenen Gefährten ist ein Luxus, der denjenigen verwehrt bleibt, die sich als zahlende Kunden bei einer geführten Bergtour anmelden. Man muss sein Vertrauen stattdessen dem Bergführer schenken. Als der Hubschrauber Richtung Lukler dröhnte, wurde ich den Verdacht nicht los, dass all meine Kameraden genau wie ich inständig hofften, dass Hall Leute mit zweifelhaftem Können schon von vornherein ausgesiebt hatte und dass er gut genug war, jeden von uns vor den Schwächen des anderen zu schützen.